So, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part von MDK und ich bin bei der kurz, auf diesem Riesengelände habe ich einen Cut gemacht. Und ich denke mal, hier steht noch einiges vor uns. Dann mal los. Ein paar Items hier noch raus, falls da noch was drin ist. Was mit euch da? Was macht ihr da? Stört. Idioten. Oh, hier ist ein komischer Hammer. Oh, der mich wollte ich ja nicht loswerden. Egal, alles kaputt. Aber... Der hat ja gar keinen Schaden gemacht. Okay. Äh, die Ehrchen greifen mich gleich an, das finde ich irgendwie gut. Und ja, dann machen wir mal alles kaputt. Wenn uns keiner greift, dann machen wir jeweils. Gut. Wie nett. Ja. So. Aber... Ich finde es schade, dass man in diesem Level nicht so viel coole und tolle Musik hört. Es sind immer diese karge Winter-Atmosphären-Geräusche da. Was für ein Henker. Oh, da ist ein Schützturm. Ich denke mal, da muss ich die Granaten reinwerfen. Wie eben. Oder? Oder ich erschieße ihn einfach. Hühnchen. Jetzt sehen wir noch nicht, erstmal. Erstmal noch was es hier so gibt. Lenden uns noch einen, ähm... Spawn-Pump. Stört. Okay, danke. Okay. Döööür. Okay. Ja doch, jetzt. Da sind noch ein paar Aliens, die können ich töten. Aber lass uns mal einfach. Mir noch was drinnen? Nö. Gut, denk ich. Obwohl... Idioten, Idioten, Idioten! Idioten, Idioten, Idioten! Zum Fernsehen kann ich dir natürlich mal so machen. Stört! Wieso stört ihr nicht? Irgendwie blöd! Okay, gut. Ja gut, dann hauen wir ab. Gut. Dann haben wir diesen kleinen komischen Aufzug hoch. Aufzug, nee, das ist kein Aufzug, aber das ist ein Luftzug nach oben. Könnte man ihn nennen. Wie auch immer. Oh. Okay, wieder zehn, äh, Knopf aufsammeln. Das machen wir doch mit links! Obwohl, nee, ich mach's lieber mit rechts wieder mal aus. Ja, ja, ich weiß. Lustig! Du siehst wiederum aus. Du siehst wiederum aus. Aber guck, haben wir das gesehen, das ist ein Erstwurm-Gym-Zeichen, was wir da einsammeln? Wie krank ist das? Oh. Einfach mal losfahren. Erstwurm, wieso? Was hat Emily kam mit Erstwurm-Gym zu tun? Ist Emily von der Denken... Das würde allerdings Sinn machen. Und wir das auf den gleichen Humor. Und irgendwie so diese gleiche... Ach, egal. Es ist halt, es ist halt viel gemeinsam. Hm. Gut. Ich werde nochmal nachgucken, ob das irgendwie was zusammen mit zu tun hat. Wahrscheinlich die gleiche, ähm, ähm, ja. Ähm, Producer. Producer. Gott. Ja. Oh nein, die Produktion ich bekommen habe. Dumm. Ich glaube, ich kriege aber immer irgendwie. Au. Ich bin auf dem Weg. Ich glaub doch, alle... Okay. Okay, gut. Alle eingesammelt. Jetzt gibt's einen Kuh-Hagel. Wow, wow, wow. Apfel. Nice. Ruby. Joe Groovy war doch dieser Spruch von Erstwurm-Gym. Egal. Zu viel von Erstwurm-Gym. Es ist... Es ist... Es macht mich trotzdem etwas komfus. Warum? Der Erstwurm-Gym-Körper ist aber egal. Aber egal. Aber egal. Die Motion. Nice. Wecker. Oh, wir fahren einfach nicht vorbei. So, boah. Die Motion ist doch gleich. Wie schnell man alles damit zerstört. Ausgeregt. Aber ich muss mir meine Nase kratzen, zwischen mir hat das hier abgekratzt. Hä? Die kratzt du gerade mit den Nähklenhands. Egal. Das sieht's, äh, gerade... Ja, ich weiß. Oh, hier. Hau ab. Hau ab. Gib mir das. Ich will das! Ich will das! Ich will das! Ich will den Tornado! Ich will den Tornado! Das habe ich mir verdient! Ich habe mir verdient! Wir schießen hier Raketen auf mich. Das ist hier auch eins? Ist da oben? Ist doch nur der hier, oder? Oh, Munition ist da! Das ist eine Munition! Ja, Munition! Nice! Was droppt der denn alles? Ist ja cool! Alles kaputt! Oh, ein Äffchen! Soll ich das jetzt schreibe? Nein, ich schreibe es noch nicht. Das macht immer 150 Heilungen! Okay! So! Hat der Tornado gerade gedroppt? Oh mein Gott! Okay! Ich glaube, ich habe das Äffchen noch nicht schon ein. Warum gibt es hier so viele Sachen? Der kann ich auch gar nicht verlieren. So, Äffchen, komm her! Wieder Äffchen! Die Schmerz nicht weg! Komm her! Weglaufen ist weglos! NAM 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 NAM! Dann machen wir dieses komische Flugzeug da oben kaputt! Mit Granaten! Da ist ja hier oben drin! Oh, das ist einer dieser Raser! Okay! Kaputt machen! Kaputt machen! Kaputt machen! Ja! Das war's mit dem Level! Das war irgendwie... Ziemlich arg! So, sorry, wurde kurz unterbrochen! Aua! Verdammt! Ah! Ich bin schon zu oft gegen die Hand geflogen! Ich denke mal, den Kasten kriege ich nicht mehr! Oh, komm schon! Wie arg ich hier auch gegenlenken muss! Wie arg! Aua! 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 Okay! 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 Diese Runde geht an dich! Wiete Öffchen! Verdammt! Wie viel Schaden ich kriege! Das war ein Fail! Das ist auch nervig, wenn man unterbrochen wird! Mitten bei so einer Sache! Ah! Good Job! Ich habe Kirkauli gerettet! Lalalala! Tourism! Ist safe! Juhu! Wir haben den Tourismus geschützt! Wie auch immer! Ich selber war irgendwie viel zu einfach. Interesse haben hier voll viel zerstört und alles! Also... Obf... Ach, hier bist du schon! Ah, Q-R! Was war das nochmal? War das Ziel-Nauigkeit? Oder sowas? Keine Ahnung! Auf jeden Fall war mir ziemlich gut! Das Level war einfach! Und ich würde sagen das war's mit... Ähm... Emdika für heute! Level 4! Diesmal war's kein Boss, aber... Naja, nächstes Mal wird's wohl wahrscheinlich wieder eingeben! Also äh... Bis zum nächsten Mal! Ich bin draußen! Einfach! Oh! Guter! Guter! Ich bin draußen!